ein wunderschönen guten abend meine lieben mein name ist die aus dem köpfer café und wie ihr wisst ich bin kein finanzberater alles nur reine unterhaltung so was haben wir schönes dieses wochenende oder insgesamt diese woche wir haben bitcoin weiterhin bei 55.000 und noch ein paar also viele experten in anführungsstrich ja haben wir vorher gesagt ja das sieht nicht gut aus ja der der wird jetzt erst mal wieder runtergehen aber behauptet sich ziemlich gut ja die volumen sind auch ziemlich ordentlich nichtsdestotrotz nächste woche haben wir einige daten ja vor allem in usa wirtschaftsdaten die da kommen werden und sofern die daten stimmen gehe ich davon aus dass alles im normalen rahmen bleibt aber wenn die mal schlecht ausfallen sollten da können wir tatsächlich auch größeren bewegungen nach unten sehen das ist nicht ausgeschlossen ja vor allem weil der krypto markt insgesamt noch nicht so weit abgekoppelt ist vom traditionellen finanzmarkt ja das wenn eben sehr oft stattfindet ja wir insgesamt auch im krypto entsprechend nach unten gehen könnten könnten ja ja wir bleiben gespannt wie es weitergeht auf jeden fall und wie ihr wisst wie ihr seht ich habe auch hier in der meine liste meine watchlist zusätzlich jetzt phantom auch bei den chains mit aufgenommen weil phantom mit mittlerweile glaube ich in den letzten tagen sprunghaft auf sechs milliarden tbl angesprungen ist und somit definitiv ein kandidat ist der den man da ich mal beobachten kann ja sollte ja kommen wir mal zu den news ach ja apropos news ja im moment gehe ich direkt mal als erstes darauf ein ja wir haben hier in new york aktuell eine ausstellung in ft ausstellung das ist halt auch für mich gesehen ein ein deutliches zeichen dafür dass crypto in der in der bei der adoption in der realen bevölkerung weit angekommen ist und zwar geht es darum dass man in der penn station also in new york eine der größten u-bahn station also zugstation überall in der ganzen station verteilt nfts über nfts kunstwerke und kunststücke ersteigern kann ja und euch das gesehen habe ich ja auch da wollte ich sowieso schon mal hin habe dann bekannten angeschrieben ja habe gesagt hey warum wir da nicht mal direkt hinfliegen ja zwei tickets morgen und da wurde mir gedacht ja wenn es dich interessiert fliegen aber ohne mich ja also ganz alleine und das war mir dann doch zu nft ja also ist blöder witz natürlich weil ihr versteht nft ist natürlich was einzel einzigartig ist ja alleine film fliege ist natürlich was einzigartig aber zu zweit wenn man dann nicht mehr nft ja ich weiß manchmal sind die scherze etwas trocken von mir aber ist eine gute sache also ich werde euch wie immer alles unten verlinkt könnt ihr euch sehen hier gibt es auch entsprechend werbevideos dazu ja wie das etwa aussieht ja ich glaube in zukunft wird definitiv noch mehr von solchen sachen kommen und ja kommen wir zu normalen news wir haben ethereum in der entwicklung für zusätzlichen also was wie auch der für alle die nicht wissen dass wenn ihr auf fremde seiten über euer facebook oder instagram account euch einloggen könnt ohne zusätzlich expliziten account auf der seite zu erstellen ja und dahin geht auch die entwicklung in der krypto dass man eben mit seinem kryptowallet sich authentifizieren kann auf fremde seiten und dadurch dass man eben selbst besitzer des accounts ist des wallets ist ja kann man auch selbst bestimmen welche persönlichen daten oder informationen die in deinem wallet gespeichert sind für diese seiten zugänglich ist ein problem stellt es allerdings diese ganzen out und so weiter also fremdauto intervention hat sich ja dahin so entwickelt weil eben menschen sehr faul sind ja die wollen in den kürzesten einfachsten weg gehen und da ist natürlich am einfachsten mal einfach nur ein button klicken muss ja und nichts eintippen muss keine namenadresse und sonst nichts ist egal ob die daten jetzt bei facebook oder bei google liegt ja aber es ist eine erleichterung ja aber bei dieser wallet geschichte das sehe ich als informatiker natürlich den kritischen punkt da ist natürlich es erfordert von den menschen die das benutzen natürlich mehr arbeit ja du musst natürlich auf jede seite wo du hingehst und du dich mit deinem wallet authentifiziert selber akzeptieren oder entsprechend wenn die seite das anfordert durchlesen was die seite alles für zu daten will ja und entsprechend zugänglich machen oder auch verwehren und das muss sie müsst ihr natürlich auf allen seiten machen ja wo ihr hingeht zwar einmalig vermutlich anfänglich aber muss machen ja und es wird definitiv das ist meine meinung genug menschen geben die da einfach dafür viel zu faul sind die sagen okay mir egal ich überlasse trotzdem den big companies ja meine daten hauptsache ich muss nur einen einzigen button klicken ja mich interessiert nicht was im hintergrund passiert mit meinen daten und das ist glaube ich für ihm aus meinen augen noch nicht mal also noch nicht mal die technik die dahinter steckt ja die größte hörte sondern tatsächlich dieses usability sofern die das mit dem wallet nicht auf einen so einfachen level hinkriegen wie bisherigen authentifizierung wird sie wird sich das meiner meinung nach auch nur sehr schwer durchsetzen ja ja aber der mensch ist denke ich von natur aus wille willens sich zu verändern wenn es seinen benefit bringt und kommen wir zum nächsten punkt ja wir haben nfts wir haben viel nfts heute tatsächlich ja stacks ist eine chain die auf bitcoin basiert ja bislang weit unterm radar aber ja auch auf dem nft zug aufgesprungen und direkt dadurch dass die dort aufgesprungen sind mit einem riesen sprung nach oben 71 prozent ist die chain nach oben gesprungen weil einfach ne geld rein fließt leute reingehen um dort nft zu ersteigern und wovor ich immer warne ja ich habe auch in meinen früheren nft wie videos zum nft dazu gepostet es gibt es zum von 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 jemanden habe ich das hier noch auf habe ich nicht mehr welche euch und noch mal verlinken es gibt eine sehr schöne seite mit einer ausführlichen tabelle die täglich aktualisiert wird welche nft projekte sich wie entwickelt und da seht ihr dass die schwankung sehr groß ist das ist wie wie der neue aktienmarkt ja der jeden zugänglich ist aber ohne ausführliche nachforschung oder informationen zu den projekten selbst zu sammeln empfehle ich niemanden da einfach mit seinem geld rein zu gehen ja vor allem günstigeren chains polygon avalanche wie die alle heißen wird überall nft gepusht ja und das mag sein ja dass man damit jetzt in den nächsten monaten sogar sehr gute chancen hat mit hoher wahrscheinlichkeit gewinn zu machen mit ihren ein projekt aber man nur lang genug wartet oder das sind nicht ein käufer findet aber wer wenn wenn eine phase kommt wo alles nach unten geht ja dann werden 99 prozent oder 95 prozent mindestens alle nft projekte so weit in den boden schießen und das größte problem bei nft ist ihr habt keine liquidität ja ihr habt einen nft den ihr teuer gekauft habt den wollt ihr loswerden aber wenn niemand da ist der den kaufen will dann werdet ihr den nicht los ja im gegensatz zu irgendein token damit könnt ihr auf eine exchange gehen und einfach jede zeit wechseln das ist der größte unterschied und deswegen muss man bei nft wirklich sehr vorsichtig sein wenn man da drin investiert ja ja wir haben georgien für alle die nicht wissen georgien ich wusste also der name sagt mir schon was aber ich dachte immer das wäre so irgendwo im bereich so südeuropa balkan in der richtung aber nach ein bisschen recherche das tatsächlich ziemlich weit in asien weiter hinten und es soll ein schönes land sein damit mit schönen menschen ja und ich wusste gar nicht dass die ja jetzt schon fast so weit sind sie wie sie als sie wie die sie einzuführen also von den bilder die man so sieht ja das war so das war so mein eindruck vorher ja das ist ziemlich sag ich mal ja einfaches land ist aber man sieht die sind die sind sogar nach uns hier überlegen ja was die entwicklung ich meine kleineres land natürlich so einfacher aber ja wir sind wir sind sehr weit in deutschland hinterher was die entwicklung also ich meine ich halte nichts von cbdc ja aber insgesamt das ist ja ein einschritt der digitalisierung der irgendwann definitiv kommt ja auch bei uns aber aber georgien nächstes jahr so wir haben noch mehr nft und zwar was haben wir schon ist deutschland gabana haben für 1885 ethereum eine kollektion verkauft diesmal nicht nur virtuell ich habe vor ein paar tagen auch darüber berichtet in den news dass die eine andere kollektion verkauft haben die rein virtuell waren und diesmal 1885 wie viel entspricht das kann ich mal nachrechnen ja ja ich schätze ein paar millionen wird es sein ja und diesmal ist tatsächlich auch inklusive physikalischen digital 4k renderings physikalisch dann kriegt ihr ein suite ja und experimentell kriegt ihr noch irgendwelchen sachen dazu ja so sieht das etwa aus ja und das ist auch die andere seite ich meine die eine seite ist sowas ne wie in der u-bahn von new york und die andere seite ist natürlich ne für die die sich das leisten können diese extravaganz und besonderes ja und wenn große marken damit rein springen ins boot ja wir sehen die adoption so wir haben board ab ja aktuell bei 542 millionen insgesamt lifetime sales ja und die werden den nächsten jahr noch neue tokens launchen und das ist natürlich eines der top projekte und ich glaube neben crypto punks board abes ist natürlich eines der bekanntesten gibt auch extrem viele produkte die board abes nach haben wie board eben mutant und wie die alle heißen und space pipapo ja aber also das sind tatsächlich ich würde mal wenn ich meine das das ist mein konzept ja wenn ich wirklich ein mc kaufen würde 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 ich tatsächlich die top projekte nehmen weil da ist die wahrscheinlich am größten dass die bei einem bärenmarkt überleben würden oder bestehen bleiben und ja ich würde einfach gucken dass wenn die preise entsprechend den gesamten markt runtergehen würden das ist dann immer die möglichkeiten entsprechend so ist bei sowas einzusteigen das würde ich vielleicht in betracht ziehen ja aber nichtsdestotrotz für alle die sich der board bislang nicht leisten konnten könnt ihr auge aufhalten ja wie gesagt im ersten quartal 2022 werden die neue tokens launchen ja habe ich gerade darüber gesprochen genau die motion wir haben hier habe ich eine sehr schöne twitter weiter als schreiberin die über die frei und crypto schreibt er die hat hier einen sehr langen thread geschrieben ja ihr seht hier geht über wie viel 20 oder 30 ja ja aber ist es sehr kurz und knapp zusammengefasst ja warum die frei sehr gut überleben wird auch mit regulation auch mit große große einkäufer ja weil man denkt immer wenn wenn so ein großkonzern rüberkommt ob das amazon oder wer auch immer ist ja soros bis pilgate die könnten ja theoretischen ganze projekte kaufen ja so viele token haben ja das uniswap und ko nicht ne und dann würden die das besitzen ja und was dann passieren wird die hat es sehr gut analysiert ja und die szenarien aufgezeichnet werde euch das unten verlinken ist leider alles auf englisch aber bei twitter gibt es die möglichkeit automatisch zu übersetzen ist gut tut gut für die für die informationssammel sammlung ja wenn man sich noch nicht so gut auskennt und gerade neu im liefer ist ein bisschen überblick und einblick zu bekommen also als letztes haben wir el salvador ja wir haben zwei unterschiedlichen seiten und das ist eben was man bei allem was man betrachtet man sollte nicht immer nur das sehen was ein vorgehalten wird sondern man sollte auch mal versuchen da ich mal außerhalb des tellerrand zu schauen und das ist wichtig und bei el salvador ich habe auch mal gesagt ich bin sehr gespannt das ist ein experiment auch aus meinem auge ja und es hat positive und negative seiten die ersten positiven da ist natürlich die adoption von bitcoin ja wenn ein ganzes land ist adoptiert und anfangen zu nutzen ja hat es mehr benutzer definitiv das ist einfach fakt ja mehr transaktion und ist auch ein beispiel für den rest der welt ja aber es ist ein experiment ob das glücken wird oder nicht hängt sehr stark davon ab wie die politik da ist ne und ich finde zwar das ist ein schritt der aus meiner sicht sehr sehr kontrovers ist ne ich meine das ist ein land das ist eine dritte weltland ne und ihr könnt euch vorstellen wie die bedingungen da sind wer eben wenn nicht mal 50 hälfte der bevölkerung bankkonto haben könnt ihr euch vorstellen was dann gleich mal wohlstandsstufe die haben und jetzt der präsident der nimmt die profite von diesem bitcoin holding was sie gekauft haben und baut damit eine tierklinik ja jetzt überlegt man ja wie dringend ist ein tier die klinik in einem land oder ob es da nicht wert bessere investitionsmöglichkeiten gibt und ja aber das ist so und das hat so was ähnliches hat der hat mit der vitalik hatte aus einer anderen perspektive also aus der jetzt nicht die tierklinik an sich sondern insgesamt wie das umgesetzt wird in dem land kritisiert was nicht ja also schon missubstanz ist weil er meint eben solche adoptionen müssen eigentlich automatisch oder von selbstständig organisch stattfinden ja und nicht von oben nach unten durchgesetzt werden dass plötzlich ein ganzes land oder alle geschäfte von land das benutzen sollten ja oder können und arbeitet weil das ist natürlich ein ideal was was er hier von sich gibt weil wenn es natürlich organisch passieren sollte ja oder würde wird vermutlich das jahrzehnte dauern bis von unten entsprechend so viel adoption stattgefunden hat das eben politiker aber politiker ihr wisst ja politik wird nicht für die menschen gemacht und eine politik wird für sich selbst gemacht und ja bis politiker anfangen und merken okay die menschen die wollen crypto sehen deswegen bin ich pro crypto aber vorher wenn nur ein prozent der bevölkerung damit in berührung ist könnt ihr euch vorstellen wie die grüne politikerinnen politiker bei bundestand kann bundestagswahl und sagt hier ich bin pro crypto ja alles crypto der macht ja könnt ihr euch vorstellen wie die wahl ausgehen wird ja und das ist natürlich das was er hier prophezeit ist auch nicht das gelbe vom ei sag ich mal ja das ist von mir meine 50 cent wie man es schon sagt zum thema von heute ja ich wünsche euch allen einen wunderschönen sonntag abend ja und spätestens morgen sehen wir uns wieder auf crypto café mein name ist g und ciao